Und somit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video der DayZ Standalone in der DayZ Expansion Mod auf einer neuen Map namens Walning. Ich habe diese Abenteuer aufgenommen und alles in einem Video verpackt in diesem Abend und wünsche euch dementsprechend viel Spaß. Lasst gerne mal eine Meinung zum Map da, lasst gerne auch mal eine Bewertung des Videos da, würde mich sehr freuen und auch unterstützen. Und jetzt viel Spaß im Video. Ich will auch jetzt spielen. Oh, hello my friend. You're okay? You're friendly? Ja, was guckt er denn jetzt da? Er will nicht, ne? Ne. Muss man akzeptieren auch, ne? Man muss ja nicht immer... Oh! Hast du es gehört? Sturmi, hast du es gehört? War ein Schuss, glaube ich. In dem Haus, oder nicht? Ich glaube, hier wurde gerade einer erschossen. Das sieht cool aus mit den Hochhäusern, mit der Sonne, ey. Huh! Ah ja. Ja, lass uns Equipment suchen, ey. Von dieser Situation distanzieren wir uns jetzt hier. Ja, würde ich auch sagen. Hello? Der hat auf mich geaimt. Warum soll ich zu dem hingehen? Mit dem Messer? Ah, oh nee, der hat auf Wasser. Oh Gott. Ja, ja, der hat auf mich geaimt, der hat auf mich geaimt, ey. Hello? Oh, gleich rip, gleich rip. I'm friendly, please don't kill me. I'm spawning here. Hello? Do you have a microphone? No? Okay. I'm friendly, I just... I'm friendly, I just... Huh? Oh, ich bin drauf. Ich höre mich doppelt. Hello? We are looting the town, my friend. Goodbye. Thank you for being friendly. Love in the air. I, I... Nice. Cool. Oh, Jungs, 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 ich habe Loot. Nein, ich habe keinen Loot mehr. Achtung, Sniper. Scheiße, ich wollte den gerade looten, ne? Dann werde ich hier vom Sniper angeschossen. Das ist natürlich doof gelaufen. Äh, ist Achtung, Stimme, der kann ich hier, äh, treffen. Bei mir sind auch Schüsse. Danke für den Rucksack. Von da oben, ich glaube, der ist im Hochhaus oben. Der sieht den Ring-Blauter noch nicht. Der ist da oben auf dem Hochhaus, der Typ, der aimt aus dem Fenster wahrscheinlich. Oder aus der Police. Nee, Police hätte ich gehört, glaube ich. Ja, der ist auf dem Hochhaus oben. Ich versuche mal trotzdem zu looten. What the fuck? Ich werde angegriffen. Hey, what the fuck? Why are you so angry, man? What's wrong with you? Use your microphone, dude. Chill. Chill out, man. We are friendly. What's up? Wie frustriert kann man denn sein in dem Game? Too slow. Warte mal. Too slow, buddy. Too slow. Oh, this was fast, man. Nice. Come on. Come on. Kill me, kill me. You're so good in this game, man. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Grüße gehen dementsprechend nicht raus an dich für dieses friendly Gameplay, was du wieder an den Tag legst hier. Also da... Er ist angefangen zu bauen. Das hätte ich gesagt. Das war's, ne? Da... Ja, das kann sein, dass es hier ist. Na gut, dann. Let's go. Gehst du voran, du hast mehr Leben? Aber du kannst dich nicht wehren, ne? Komm doch nicht mal vorbei. Hey, warum nicht? Hat er. Oh, ach so. Oh mein Gott, erschreckt mich noch nicht. Liegen Waffen. Und hier hat er geschossen. Was hat er? Ich bin hier alle geschossen. Oh, lol. Und wo ist er hin? Nicht weiter aufs Dach. Ja, das... Der war echt hier, ne? Das gibt's ja nicht. Wo ist die Police? Dort hinten? Ja, von hier ist... Einer ist an der Police. Irgendjemand ist an der... Irgendjemand ist an der Police, Jungs. Hier haben sie die ganzen... Hier haben sie voll für die Kisten gehabt. Ah, ja, okay. Tja. Jetzt müssen wir nur noch, ähm... Ja, ne? Ach so. Das wird eklig jetzt. Achtung, nee, nee, nee. Komm runter. Ich hab's gesehen. Ist der da oben, ja? Ja. Kann man hier irgendwie hochbacken? Kann ich backen, oder? Ich hab's hier zufällig. Hallo, Camper. 303. Ja. Du hast ihn getroffen! Ja? Du hast ihn getroffen, ist Blut gespritzt, ja. Krieg dann nochmal ein. Mach weiter, du triffst ihn durch die Wand, oder? Ja, ich weiß nicht, wo er steht gerade. Ich versuch zu lauschen. Ich glaub, da. Er verbindet sich. Oh Gott, Sturmi, hast du mir in den Nacken geschossen? Ja, aber du rennst auch vor einer Waffe hin. Leute! Ja, ich wusste nicht, dass du schießt. Oh fuck! Oh. Jetzt hab ich nichts gehört, weil ich so viel labert, Mann. Ich wollte hoch gerade. Er hat sich verbunden. Mit der Blaze auf einen Meter ne Nacken. Er verbindet sich. Ja, ich auch. Pst. Er steht. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ist er tot? Das ist... Ich hab ihn! Ja, nice. Oh, Jungs! Super Teamwork, Jungs. Super Teamwork, wirklich. Sein Fuß hat hinten rausgeguckt. Ja, da hab ich auch drauf geschossen. Oh, ich hab die Sniper von ihm. Ich mach auf, ich bin's. Ja. Moin, Leute. Ja, wir kommen rüber zu dir. Ach, so weit war das doch gar nicht zum Rüberspringen. Nee, überhaupt nicht. Aber war schon sinnig, von der anderen Seite auch viel zu schießen, Alter. Das war sehr gut gemacht, Pingo und Sturmi, Mann. Ist er wirklich tot, Mann? Ach, Sturmi, dass du mit den Nacken geschossen hast, oder? Ja, er ist tot. Oh, pass auf! Hallo! 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 Friendly! Friendly! Hallo! Hey, buddy! Do you need help? What the fuck? Don't be angry, man. Holy shit. Play Battlefield. Was soll das denn jetzt, ey? Ich frag ihn, ob er Hilfe braucht, der boxt mich oder was. Das lass ich mir aber nicht bieten. Nee, das muss ich durchgreifen. Immer noch aufpassen, auf der anderen Seite steht die Bärenfalle. Ja, ja. Wer macht denn den Bärenfall an den Brunnen? Das ist ja mega assi. Dann seh ich mich nicht so. Dann will man einmal freundlich sein, Mann. Dann wird man geboxt. ATC, Haupteingang. Er rennt zu dir, Sturmi. Er ist beim vierten Häuschen. Er pusht dich, er pusht dich, er pusht dich. Oh, fuck, von links ist auch noch einer. Bei mir ist auch einer. Hab, er hat einen Hit. Ich seh ihn, warte. Er ist jetzt beim ATC, beim alten. Beim alten ATC, Jungs, ist auch einer. Oh, der will mich, der will mich, der will mich. Er ist bei mir direkt? Ja. Der kommt zu mir? Sein Mate ist noch vor mir irgendwo. Ah, wir haben uns getradet. Schön. Ich bin dead, aber... Ich bin auch. Ja, der Mate ist noch hinter diesem komischen... Ich weiß nicht, was das ist. So ein Häuschen oder was? Oh, Zombie-Agro? Okay, er ist noch vor mir, er ist noch vor mir, Sturmi. Oh, er ist nach links weggerannt. Hast du ihn gesehen? Versuch wieder runter zu rennen. Ja. Sturmi, rede nicht, er ist konzentriert. Scheiße, Mann. Ja. Bei mir, Schüsse. Oh mein Gott. Okay. Wahrscheinlich ist das Airfield leer, oder? Mhm. Okay, er ist bei mir ganz links an der Mauer, Sturmi. Ich bin safe noch. Ich muss eigentlich aus diesem Hangar raus. Ja, ja, er hebt mich halt ab, ne? Sturmi, du musst... Oh, Scheiße, oh, Scheiße. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich rennen. Die einzige Chance. Okay, er geht weg. Er geht weg, glaube ich. Er will mich... Er will mich... Wo ist er dann? Er rennt weg, Richtung Arma-3-Barack. Von hinten schießt auch irgendwas. Oh, ich bin einmal geschossen. Ja, nice. Könnt ihr dann nicht in Tower gehen? Eigentlich müssen wir uns verbarrikadieren mit diesen schlechten Waffen, ja. Ja, ich komme in Tower. Ich komme zu dir. Fuck, ich mach lieber safe, ich mach lieber safe. Ja, bei dir irgendwo drüben. Ja, ich habe ihn gesehen. Ich habe nur Kack-Waffe, ich kann mit dir nicht so gut umgehen. Die ist aus der Hüfte, geht trotzdem. Wo ist er denn? Hinter mir. Ich renne mal zu dir. Ich komme rein, ich komme rein. Oh. Erstmal chillen. Hinten sind sie, wo ich herkam, Sturmi? Wo? In der Lücke. Bei dem Flugzeughanger. Ja, warte. Bei zwei Stück sind es. Oh, vor mir? Ich bin der erste Stoff. Oh, die kriegen, die zerballern sich. Komm, guck nochmal, guck nochmal. Ach, scheiße. Oh, da. Oh, ja, ich sehe. In oben. Safe. Ah, fuck. Aber es sind mehrere Parteien auf jeden Fall. Also, wir sind nicht alleine. Wo Leiter? Leiter. Nicht Treppe. Ja, hier oben ist eine Leiter. Uiuiui. Uiuiui. Nein, One-Shot, Digga. One-Shot. Nach diesem kleinen Unfall am Airfield sind wir natürlich dann wieder ein bisschen weiter gezogen. Allerdings nur noch zu zweit zu einem interessanten Stützpunkt. Und was wir da dann erlebt haben, seht ihr natürlich jetzt. Wo genau ist der jetzt? In welchen? In der ersten. Die große? Nee. Ach, die kleine. Die kleine. Oh, oh Gott. Warum leckt er so? Hä? Hast du ihn? Ja, er steht hier rum, oder was? Sieht da von mir auch nochmal ein. Hä? Was ist das denn? Du bist aber tot. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich geh mal runter. Das war nicht ich? Nee, das weiß ich. Aber von wo der kam, weiß ich auch nicht. Vom Wald, oder? Irgendwom Wald wahrscheinlich. Oh, ich hab'n Hit. Brücke? Irgendwo? Seh' ich das von hier nicht, oder was? Ja, jetzt soll mir das hin. Beim Panzer? Ja, das kann sein. Links gesehen, könnte aber auch rechts kommen. War der schon dran, ja? Ja, er ist dahinter auf jeden Fall. Oh, er schießt auf den anderen? Ja, ich hab's gesehen. Mündungsfeuer. Wo ist er? Rechts? Rechts da vorne, rechts war der gerade, ja. Zombie? Ich will vier pushen diesmal, ja. Ja, dann. Let's go, komm. Let's go, let's go, let's go. Hat keinen Hit? Hat er! Scheiße. Auk hat mich im Stich gelassen. Ich hab' ihn, Mann, alles gut. Komm wieder. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass ich dich erschossen habe, aber das war's nicht, du. Nee, nee, er hat mich erwischt. Okay, lass mich kurz konzentrieren, schnell, Pingu. Damit ich alles saveen kann. Alles gut. Ja, genau, und dann krieg' ich zwei Kilometer, oder was? Warte, da ist er wieder. Nee, war ein anderer. Ist dead. Der hat auch gedacht, dass das, dass der noch lebt dort, ne? Der hat, oh, auf den eingeschlagen. Oh, nein. War das auf mich? Kann sein, dass das auf mich war. Beeil dich, bitte. Kommt wieder einer. Oh, der ist equipped. Vielleicht kann ich ihn aus... Ich glaub, das ist der, der mich beschossen hat. Warte, 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 ja. Ich lass ihn erst mal näher kommen. Vielleicht checkt er nicht, dass ich da bin. Wenn du einen Sniper hast, kann ich dir helfen. Warte, warte. Oh, der hat... Der, der, der denkt auch, dass der noch lebt. Der denkt auch, dass der lebt? Ja. Hat einen Hit. Soll ich rein? 700 Meter bin ich da, aber ich hab halt nichts in der Hand. Kann dir direkt ein Auge geben. Die denken alle, ich denke alle, der da steht, lebt noch. Das ist so eine gute Taktik, ey. Das Ding ist aber, dass er ja hinter der großen Baracke ist und ich von der großen Baracke komme. Vielleicht trickst du mich auch raus und klettert rüber. Über die Baracke? Hinter die Mauer, ja. Oh ja, der will mich um... Ja, genau das habe ich... Das dachte ich mir, dass er das vorhat. Macht er das? Ja. Wo ist er hingegangen? Nach rechts? Irgendwo dahinter, hinter die Mauer. Dann vielleicht komme ich ja an meine Waffe ran. Die eine. Die habe ich bei mir. Nein, das ist scharf. Oh, nee, habe ich gesehen. Wollte gerade abdrücken. Scheiße, ey. Beeil dich. Komm direkt rein, okay? Ren durch, ja. Ist dead, hab ihn. Yeah, killer. Das ist immer ein Hektik hier, ey. Oh, 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 shit. Oh, der hat einiges, Bruder. Ich save mal alles. Für? Ich. Wo laden die nach? Oh, unten in der Baracke. In der langen. Okay. Ah, ich sehe es. Ist du, ne? Oh, schön, schön. What? Der ist sour jetzt, ne? Ja, ich weiß. Boah, das wäre geil. Links ist der irgendwo. Oh, ich habe ihn gesehen. Rechts war er. Ach so, okay. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Hast du ihn? Nee. One shot dead. Eine Ecke. Ja, ich bin da, ich bin da. Wo ist er? Ich glaube, hinter den zwei Baracken. Hast du die Tür aufgemacht? Nein, nein, nein. Ich sehe nichts hier. Er hat die Tür aufgemacht. Er ist unten drin. Er ist oben drin. Er kommt hoch. Beide pushen rein. Oh, keine Muni. Pingu! Ja, keine Muni. Was soll ich machen? Warte. Er blutet, er blutet. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Lass mich durch. Was ist Stress, Alter? Wo? Hab ihn, hab ihn. Oh, je. Oh, je. Ja, Mann. Ich habe zwei Katze. Aber mir geht es gut. Oh, mein Gott, Alter. Oh, ich dachte, ich sei umschrei. Du kommst genau richtig. Du hast gut, ich kann ja nicht mehr reden. Du hast gut Stellung gehalten, Mann. Gut gemacht. Abhauen. Arte. Ihr komm weg. Ich entsichere mal die ganze Muni von denen, ne? Mach das. Nutz noch hier. Nehme alles mit, was sie gefährlich machen könnte. Damit die nichts mehr haben. Oh, der Rucksack wäre lit, ne? Ah, ist so klein. Gönn dir. Okay, lass das aber wirklich abbauen, Alter. Ja, können wir machen. Ich mach mal Tür zu kurz, bevor wir gehen. Einfach ganz schnell weg. Wo wollen wir hin? Über die Brücke, oder? Ne, wir gehen wieder unten, Richtung Military. Okay, let's go. Alter, was ein Gemetzel. Safe Baustelle, ne? Nee, nee. Ich komm mal zu mir rein, ein bisschen. Ist hier ein bisschen safe. Auf mich laufen? Auf mich, ja, wie immer. Ja, oben auf der Baustelle. Okay, sehr gut. Ich hab leider keine Sniper. Ich glaub, er hat nen Hit. Hinten, vorne, links, rechts? Oben, oben, rechts, ganz oben. Ich muss mal kurz Tommy killen. Ganz oben rechts. War der. Kann man nicht auf das Gebäude hier drauf? Hat er echt nen Hit? Äh, kann sein. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Können auch reinpushen, ne? Doch, er ist noch da. Ganz, ganz oben? Komm, du machst das. Ich glaub an dich. Hat nen Headshot. Ist down. Oh mein Gott, was ist heute los? Oh, oh shit. Oh, da ist noch ein Schuss. Der kam von der anderen Seite. Äh. Oben, der ist dead auf jeden Fall. Auf dem Stein. Warte. Auf dem Stein, ja. Sehe ich nicht? Ich auch nicht. Ist dahinter wahrscheinlich. Ja, da läuft ein Zombie hin. Da unten läuft er. Oh, daneben. Wo ist er? Wo läuft er? Er ist leicht links gelaufen. Ist ein Zombie, ne? Puscht der mich? Ne, der ist unten hinter dem anderen Stein. Hinter dem flacheren. Okay, hat der Pussy gewechselt, ja? Ja, er rennt da hinten weg. Ah, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, ja. Der war auch wieder knapp. Der ist ja dazwischen weggerannt, ne? Ja, der kommt aber wieder. Oh, nein. Mann, du hast so viele Chancen. Ich weiß. Soll ich pushen? Er hat noch... Nein. Ist der immer noch das Wild? Nein, er ist leicht nach links gelaufen, neben dem flachen Stein. Er hat mir einen Headshot gedrückt. Hier sind noch mehr, hier sind noch mehr. Hier sind noch viel mehr, Pingu. Ja, was willst du machen? Das war nicht nur der Stein-Typ. Also, ich hab nur den Stein-Typen gesehen. Ich glaub, hier oben auf dem Dach ist noch einer. 3-7, ich laufe. Ich versteck mich ein bisschen. Also, der auf dem Dach hat safe Headshot gekriegt. Okay. Wow, ja. Wie wird's gestreben? Auf dem Dach, auf dem Dach. Auf der Baustellen-Dach, oder was? Ne, ne. Auf dem großen Lagerdach und auf dem Stein. Ich warte mal irgendwo auf dich. Ich hab noch ein paar Waffen, glaub ich, oder? Sieht so aus, als wären die weggezogen. Ne, nicht ganz. Oder? Ist das da einer auf dem Dach? Ich seh's nicht. Doch, auf dem Dach, auf dem Dach. Komm her, Pingu. Links, Pingu. Rotes Gebäude. An der Leiter, ganz rechts. Weißt du, was ich meine? Oh, mein Gott, ich fall die ganze Zeit runter. Baustelle, oben, ganz rechts. Da hockt er noch im Gebäude. Ich push den am Gebäude. Ich geh jetzt all in. Das links, ja. Guck aufs rote Gebäude, bitte. Ah, achso. Ich will schon dann pushen. Ich versuch's zu pushen. Ich geh jetzt all in. Ich muss näher ran, ich muss näher ran. Ach, da oben sitzt er. Ja. Ich muss näher ran. Er schießt auf dich? Ja, ich muss näher ran. Ja, ja, warte, 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 warte. Ich muss den selben Move wie gerade. Stirb doch mal. Ich hab ihn, ich hab ihn. Oben auf dem Dach, den? Ist dead, ja. Baustelle. Ja, ist dead. Nee, das war der auf dem roten. Meine ich doch, meine ich. Auf der Baustelle sitzt ja noch einer. Ach, der lebt noch, der lebt noch, ja, sorry. Ich muss weg, ich hab keine Waffe, Pingu. Ja. Der auf der Baustelle lebt noch, ja. Maybe ich könnte ihn looten, vielleicht. Nee! Bei mir, Pingu! Ja, ich... Daneben? Ich lock ihn. Schütz mich! Oh, von links oben auch? Auf der Baustelle. Ja, ich weiß. Ich kann nichts machen. Ich seh nicht. Ja, ich kann auch nichts machen. Oh! Ich muss hier kurz irgendwo safe stehen, ne? Warte, 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 warte. Baustelle hätte ich fast gehabt. Er aimt auf mich. Baustelle? Ey, nein! Ey, von Boden! Hat er dich, oder was? Ja, das war aber nicht der von der Baustelle. Oh mein Gott. Ja, du hast recht. Da hat mich gerade einer gepusht. Gott, oh Gott. Ja, hä? Hab ich gemessert? Ja, die sind noch zu... Ja, keine Chance. Guck, die können aber auch nicht aimen, ne? Nee, die können auch nicht. Ja. Das war's jetzt, oder was? Guck mal, der oben auf der Baustelle lacht. Da muss aber noch einer sein. Und das war die abschließende Szene von diesem Abend. Mit Sturmleiche, Pinguini und mir Luzi auf der Map Walning. Eine sehr kleine Map, dafür aber sehr actionlastig. Was natürlich nicht bedeutet, dass da überall das Loot rumliegt. Nein, ganz im Gegenteil. War für mich ein sehr spannender Abend auf einer sehr spannenden Map. Und würde ich gerne öfter reinschauen, ne? Ja, wer nichts verpassen möchte, kann gerne natürlich im Livestream dabei sein, aufs nächste Video warten oder auf meinem Zweit-Channel vorbeischauen. Ansonsten danke ich mich fürs Daumen nach oben drücken, für euren Support und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, eui Luzi. Mach's gut. Ross спорт kmp. Kommt. Musik Untertitelung des ZDF, 2020